Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Pflege neurologischer und neurochirurgischer Patienten haben wir als Team so einiges erlebt. Wenn wir da nicht langsam wüssten, was wichtig ist, hätten wir wohl unseren Beruf verfehlt. Wir glauben hier fest daran, dass es um mehr geht als einfach nur um professionelle Pflege. Nämlich darum, sich den Patienten wirklich zuzuwenden und sie unsere familiäre Atmosphäre spüren zu lassen. Damit sie wissen, hier kümmert sich jemand, hier bin ich in den besten Händen.